Hey Leute, ich bin Martin von MP Garage und wir sind heute auf der Motorworld beim Saisonabschluss in Böblingen und hinter uns sieht man so einen abgesperrten Bereich. Dort landet dann gleich der Helikopter, zeige ich euch gleich. Und natürlich ganz viele Eindrücke von verschiedenen Autos und richtig geile Wagen heute da. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Ja, was ist denn? Ah, das ist ok. Ja, das ist krass. Ach, nö. Ist das nicht so, dass der Helikopter nachher? Auch selbst hier? Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.